Man hat mir heute mal aufgetragen, als Trierer Bürger was zu sagen, für den, den wo mich noch nicht kennt, den Fischers Mat, das man mich nennt. Und ist mit Trier ich mir nicht sicher, gestatten Sie, Matthias Fischer. Und fast nach Dienstag, das ist wahr, vor 125 Jahren, da sucht ich mit der Welt die Frieden und sind am Seil der Hücke schieben. Man sieht, in unserer aller Stadt sich manches zugetragen hat, doch in Berlin, da ist sie sehen, Agenda Schröder, 2010, mit Schröer in Trier. Da geht neis dran sich, wir feierten 2020 und statt ist, wie man ja so sieht, endlich aus der Pubertät. Im Jubeljahr mit viel Allüren will man berühmte Trierer kühren. Eich guckt, wen auf der Listei steht und hat im Grab mich umgedreht, Persönlichkeiten allerlei. Nur dem hat es nicht dabei, das konnte ich wirklich nicht vertrauen, drum sind euch wieder aufverstanden. Entgab ja erst ein bisschen Stress mit dem Vorauswahlprozess. Wen ist so richtig prominent, historisch wichtig, opotent, Habt für uns statt schon viel geleist, We kann ebbes, we kann neist. Nach diesen Fragen folgten Taten. Gelistet waren die Kandidaten, neun Stück drangen an Volkes Ohr. Die stelle ich euch kurz mal vor. Los ging es in der Römerzeit. Hey, war doch alle noch nicht so weit. Die Tröwerer haben heil gehaust. Die gehen, wo ihr Schrot zerzaust. Hey, spring in Ordnung, na meinem Gustus, sprach 16 vor Kaiser Augustus. Hätte die Bivak da nicht ginn, da säße mir heute heil nicht drin. Und später noch dreihundert Jahr regiert die schöne Helena. En fra als Kaiser, wat e schock. Sei bringt na Trier den heilje Rock. Und wat e sonst na von er weiß, Apostelknorren Normathais. Sei war die Mann von Konstantin. Den hat, und das ist wirklich schien, in Trier Bauten hingestellt, als Zentrum von der Römischwelt. An solchen Römermetropolen könnte man sich heute ein Beispiel holen, wenn man im Stadtrat diskutiert, über Millionen schalamentiert. Wir waren Hauptstadt ohne Zweifel und nicht das Christendorf der Eifel. Und dann der nächste Kandidat im Jahre 1000 dieser Stadt, das ist den heiligen Simeon. Das ist nicht unser Stadtpatron. Hey, wo ein Hippie seiner Zeit, der war doch tatsächlich bereit, auszusteigen und zu beten. Eingemauert, ganz betreten in der Porta bis zum Ende. So kam eben heilig gehen. Etwa im Jahr so 1300 manschahne Guttler ganz verwundert, wem drohen da unermbaldach hin. Das ist der Hof des Balduin. De komm, das ist ja allerhand, nur die hier aus dem Schangelland. Wen ist dabei als Nächsten dran? Hey, kommt Kaspar Olevian. Den hat mal die katholische Welt in Triumph de Cop gestellt. Als Reformator trat er an. Obwohl der Mann so etwas kann, hat sich sein Welt zu guter Letzt im Museltal nicht durchgesetzt. Im Mittelalter hat im Land man Fraleid manchmal gar verbrannt. Den Hexen tat man ziemlich weh. Da gehen wann sich Friedrich spät. Für die Justitia Rationalis schrieb er die Cautio Criminalis. Und ein Genosse meiner Zeit, den kennt man heut noch weit o breit. Karl Marx, ja, den ist heil geboren, von Trier in de Welt gezogen. Und manch Staatssystem wurd et zur Qual, wat he so schreift im Kapital. Vor allem in der Theorie, der war de Kerl ja e Genie. We war, bei alle gut geliehen, gestaltet mit, sozialen Frieden, von Nell Bräuning war's, der Pater. Er gilt gemeinhin als der Vater der Christenlehre vom Sozialen. Dat könnt eich grad mal noch behalen. Ma sieht, ham wir auch heut ka Geld. Hei leid den Nobel von der Welt, Jahrhunderte, zu Schicht um Schicht, tretender Antareslicht, gietet mal so rum, und mal so rum. Hei, in August, da drüber ho rum, egal, wen da da drinnen mischt, jede, wer gär da drum erpischt, berühmten Trierer heut segen. Für jede mischtet ja e Sinn, se hei all für uns schien statt, eb es geleist, da is ma platt. Nur klingt ja auch in euren Ohren den Nachteil von den Honratioren. Ma kennt se all zwar ziemlich gut, nur sind die all ja lang schon du'd. Mein Roll, die is klar zu umschreifen, dem Mathe soll lebendig bleiben, mit Mutterwitz zu reflektieren, wat du'd in unserer Stadt passieren. Ei schwiebel noch, und dat is sicher. Gott zum Gruß, Matthias Fischer. Nur klingt ja auch in euren Ohren den Nachteil von den Honratioren. Ma kennt se all zwar ziemlich gut, nur sind die all ja lang schon du'd. Mein Roll, die is klar zu umschreifen, dem Mathe soll lebendig bleiben, mit Mutterwitz zu reflektieren, wat du'd in unserer Stadt passieren. Ei schwiebel noch, und dat is sicher. Gott zum Gruß, Matthias Fischer. Gott zum Gruß. Untertitelung des ZDF, 2020